Hallo, ich bin Monika Kochs vom Tantra-Massage-Institut Dakinie in Stuttgart und in Köln. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Dakinie Stuttgart möchte ich Ihnen eins meiner Gedichte, einer Lieblingsgedichte von Rainer Maria Rilke, vortragen. Ich ließ meinen Engel lange nicht los und er verarmte mir in den Armen. Und da wurde ich das Erbarmen und er eine zitternde Bitte bloß. Da habe ich ihm seine Himmel gegeben und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand. Er lernte das Schweben, ich lernte das Leben und wir haben langsam einander erkannt.